Musik So, Tag Nummer 3. Einmal kurz gucken, was im Auktionshaus verkauft worden ist. Ah, ich hab gesehen in den Comments, dass ihr die UI höher haben wollt, damit ihr das besser erkennen könnt. Deswegen gericht das mal eben hoch. So, die Cores sind doch alle rausgegangen über Nacht. Force Cores auch und die Lycanus Cores. Ja, das war's auch schon. Ich bin mal gespannt, wie lange ich auf dieses Blade situe. Diese Boots habe ich von Anfang an, also seit der Episode, also seit AFI rauskam, seitdem habe ich diese Boots. Das ist brutal, die gehen aber nicht weg. Gibt's keine FA hier, die die braucht. Ja, keine Ahnung, was ich ran. Vielleicht 5x AFI. Äh, 5x normales AFI. Hm, mal sehen. Gut. Bis gleich. So, Tag Nummero. Ist das jetzt 3 oder 4? Ach, ich krieg da schon gar nicht mehr mit. Egal. Ähm, 5x, äh, was bin ich gelaufen genau? So, äh, 5x AFI. Und 3x IC2. Sonst war da, glaube ich, nichts mehr, was mir gerade so einfällt. Ah, doch, Arcane Golem. Und ich habe mir einmal die, äh, Dungeon Point schon vorher eingelöst. Weil ich, äh, einmal kurz AFK gehen musste. Und ich wusste nicht, wann ich wiederkomme. Deswegen hatte ich die 4 schon mal eingelöst. Also, Dungeon Point sind alle weg. Ah, einen habe ich noch, aber den kann ich ja nicht einlösen. So. Ähm, ja, leider ist nichts Tolles rumgekommen. Wir machen erstmal alles kaputt hier. Dumm, 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 dumm. Hm. 6 Damage. Ach. Scheiß drauf. So, das Auktionshaus wieder voll und dann kriege ich die Sachen nicht los. Habe ich keine Lust zu. Also, so ein, ja, es wäre auch nicht viel wert gewesen. Wahrscheinlich so 2 Mille oder so. Aber ich werde da sicherlich dran, drauf rumsitzen, bis das los, äh, bis ich das los werde. So, da haben wir noch Müll. Ja, die ist 2 Slot. Sonst war das, äh, zweimal Nashmob war ich sogar, glaube ich, heute. Die haben wir vom Golem. Die haben wir auch vom Golem. Bringt mir noch nichts. Mal die Cube neu öffnen. Oh, Weapon Highest. Sehr schön. Weg, weg. Naja, behalte ich mal lieber. Sind nicht allzu viel wert, so 80k rum, aber immerhin. Gut, dann gehen wir mal ins Auktionshaus. Oh, das Achilliumschwert ist weg. Und die Hands sind weg. Das heißt, machen wir mal die Waffe rein hier. 9 Mille. Nur? Aber letztens so hoch bei 18 Mille. Oh, 9,4. Okay. Dann noch die ganzen Coors. 24 Stück. 34. Sogar. 4Score Highest. 2 Stück. Upgrade Co-High. 7 Stück. Und ein 4Score High. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr zu verkaufen. Ah doch, die Suit ja noch. Zwei Slots habe ich noch. Passt ja. Kann das Build of Dump auch noch da rein. Was war das jetzt? Later. Zwei Mille. Und das Build. Oh, so viel? Soll mir recht sein. Also das Build of Dump, das kommt von IC2. 11 kommt. Ja, krass. Versuchen wir es doch gleich mal. Machen wir 11,5 draus. Da haben wir Glück. Upgrade Co-Score sind schon rausgekauft. Dann packen wir die Quit Damage Scroll doch rein. 88K. Als ist als, ne? So, das war's. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, tschüss.